die drüben ist auf der anderen Seite wo es Feuer brennt Du warst nur da genau, aber der Typ war der Meinung, dass ich da... So, hier waren wir noch... Wo sind wir denn... Ach, wo haben wir denn angefangen? Ich weiß nicht... Ist Zani auch irgendwo bei dir? Weiß es nicht Ich hab diese... Geh hoch Aber ich kann sie mitnehmen... Warum nicht? Ich bin zu schwer Ja, dann pack kurz ein paar schwere Sachen ins Auto rein, holt das Diesel, dann packt's wieder um Du lodest hier, ich guck mal, wie sie durch die Fenster fallen Okay, warte, das war ich hier Gut Meistens sind die Trinkflaschen so schwer, Julien Ja, meistens so zwei, vier bis drei Okay, ja, dann pack ich die mal da rein Wenn ich jetzt ausbaue euch beiden Ja, ist gut Also hier ist immer nichts zu finden Warte mal, ähm Ja, ich leg mal ein Magazin rein Mhm Mit elf Schuss Das dürfte eigentlich jetzt passen Mit dem Diesel Danach probier ich mal den Reifen noch mitzunehmen 1,55 Oh, hier ist unsere Stimme gewesen Ach, oh Mann, oh Immer diese Gewichtprobleme Die Eben machen Gibt ja hier schon mal ein Fahrrad fliegen sehen die hier auch noch nicht, oder? Nö Also irgendwas fehlt hier eindeutig Zwischen wegen dem Tornado hat alle aufgesaugt Nimm alle weg hier die Leute, Spieler Also ich hab mal die ganzen, äh, den Magazin, äh Im Auto drin, ne Mhm Also sollte jemand das Auto bewachen vielleicht Mhm Mhm Auto ist schon weg Mhm So, jetzt aber 55 Gramm Fehlt ihr noch? Fehlt ihr noch? Ja, halt Ja, 0,55 Ja So Ah, hier ist ne Dosen Mais Hier Halt aus dem Müll nehmen hier Ja, aber ich kann nix, ich kann nix wegmachen Ja, hast du 100%? Hm, was kann ich denn wegmachen? Die ist äh, es ist äh, Fernrohr, Fernrohr Ja, eigentlich schon, ne Weißt du nicht, wenn man sowas, sowas herkriegt, sonst ne Ja eben, weil das gut weggeht Hast du die manche Waffe selber an sich nicht? Nein, nein Nee, was mein Waffe ist jetzt krass Das Fernrohr Das Fernrohr Wo man es wieder herkriegt, ne Ja, wo man es herkriegt, oder wo man das andere herkriegt, weil es die Waffe selber Ich wüsst nicht Ah, ich hab noch im Magazin Äh, feuerwehrmäßig, wart ihr da drüben, vielleicht wegen Sprit noch? Ja, da waren wir schon Und Sprit? Entschuldigung, hat Sprit So wenig Ja, okay, ich kann so nix sagen Warte Da brauchst 5 oder 6 Kilo, wo es zu finden, Sprit Ja Kann man das nicht einfach in die Hand nehmen Ja, das ist viel einfacher Ja, und so langsam und herziehen so So, Open Inventory Scope hier rein Und dann noch ein Magazin Das ist auch so schwer Das ist auch so schwer Also üblich, wenn es welche kommen Und wir freuen sich an dem Auto Naja, wir haben ein bisschen was zu verteidigen Der nicht so, dass wir gleich gleich ganz abnibulieren Du, jetzt aber Jetzt Fertig ist es jetzt Nein, jetzt will ich es diese Und weh, ich kann es mitnehmen Einen einzigen Gramm oder so Dann machst du mal so richtig noch kurz und dann Ich hab's dabei Ach so, ah, das ist gut Ich hab diese Dann holst du gleich anschließend mal den Reifen noch, ne? Ja, okay Zeit ist im Glauben So schnell die sie vergehen müssen bei denen ziehen Bei den Königreifenden Bei den Königreifenden So, ne Jetzt, und? Fertig, er holt Warte, er holt noch einen Reifen Und dann liegt da drüben nochmal ein Reifen hier Auf dem Auto Ja, lass ihn alles aus Ich hab's gerade, dass auch noch mein Zeug da reinzukommen Ne, 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 ne Aber deswegen passen wir hier gut auf hier Da ist das Reifen Ich seh ihn Meinen, wir passen alle vier hinten rauf? Da, der Auto? Ich glaub irgendwie, dass nur drei drauf passen Sind nur zwei? Ne, wir sind vier Ja, da ist deine Frau dabei Schön Ja, wir sind da vier, passt doch So Also in Richtung Feuerwehr, Juni ist nur ein Reifen Ah, ne, vorne ist nicht gut eigentlich Was soll das? Auf dem Auto rein Hier fängt mir Auto rein So in Richtung Feuerwehr, hier drüben, das kleine Auto in der Mitte, neben dem Bus Links neben dem Bus Voll auf der Motorhaube Ach da, ja Und wenn du willst, unten in der Stadt ist auch nur an der Reifen, hab ich gesehen Ja, da kann man auch hinfahren dann Ja, kann losgehen Okay, ist ja weh Kommst du? Deine Sachen rausnehmen, Juli, ne? Die bleiben jetzt erstmal drin, ne? Nein, nein Ne, das macht ja nichts Okay, warte mal Weiß, wenn die irgendwie angegriffen werden oder sowas Mal gucken, ich muss meine Sachen holen Mann Es ist so still hier Weil sie in anderen Städten rummachen So viele Leute sind sie auch nicht gewesen 14, 13 und wie viel war noch drin vorhin? Wer übernimmt's? Ich Und weh Jetzt sind sie drauf Okay, ich pass nicht mehr drauf, jetzt pass vorn drauf So dreier sitzt hier Ich glaub's nicht Kann ich fahren? Hey, Vorsicht Ja, Mann, wie geht Ah, hoch, ja Moment mal, ich hab ein Reifen vorn hingemacht Ist doch ein Metrisch, oder? So, ein Rasenmäher, oder? Ja Ja, okay Bleib doch sitzen, Frau Wohin? Wir folgen euch, los So schnell fährt das Ding auch nicht Ja, hier vor Warte Wohin? Ja, die sind Und ich wünsche mir, wir muss überfahren oder auch nicht, keine Ahnung Wohin? Wohin eigentlich Ja, vorne Straße rechts rum Recht rum Recht rum und schäfer linksweg und kann nicht ausfahm Der Lenkautomatisch er bleibt mir ihr solltet kommen eben ja sie laufen zu, die kommen uns sowieso entgegen, los ja, ich wollte nicht noch die Häuser hier nehmen auch noch? also wir wollten eigentlich was bauen, ne? eigentlich schon, ne? ne, wir wollen auch nicht mal bauen, drei ja, wir können das Schild irgendwo ausstellen nein, 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 das ist schon so da hab ich hier mehr was ist da draußen los? ist da ein Lärm? rennt er denn schon wieder so, der Markus? ja, weil das Auto kommt guck mal, weil das Auto kommt, ist ja weh ja, Tanja, geh doch rein, setz dich doch mit rein lass doch schlafen, ne? ja, so schlafen äh soll man hier mit auf der Straße, Baseball? äh 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 ich hab auch ich hab auch nicht ich hab auch nicht du man hört sich nicht, ne? komm, morgen haben wir doch noch eine Stunde, da können wir uns in Ruhe auswählen, den, den... ... Achtung, Julio hochgefahren also man geht, man soll den Weg in Landform wir sind bei der Dings hier bei der bei der Rennbahn zu sehen draußen, ich muss was ändern durch mal draußen um na los, du schießt, Junio hochgefahren also ich jetzt nein wo seid ihr? wir sind in den Hügel hier runter einmal der Straße folgen ich hab ihn gehört es würde eher sein, ne? es wird über den Hügel rennt rennt was nicht durch so ne Ahnung also nicht, nicht nur die Straße folgen, Julio, ne? lass mich ganz woanders hin du siehst ja an der Seite in den Haus noch ne Bandage, Alter, scheiße hört ihr mich? ja wir hören dich hier ist noch ne Bandage drin, falls jemanden braucht oder noch Platz hat, meine ich brauch wir die brauchst du dir... ob's die Wiese jetzt runter, ne? ja ok das ist gut hier sind große Stiefel, wenn du die brauchst ach so da brauchst du auch ja, da brauchst du auch ja, da brauchst du auch ein Rasmier von Anfang also dann machen wir hier irgendwo Cut dann treffen wir uns morgen einfach nochmal ne Stunde oder auch zwei ach drei mal schön eingepaart, Julio naja meinst du auch oh hier Sprit ich mach Sprit noch mit ihm wo hinten, ganz hinten ja ich kann's mitnehmen ja eben du hast ein Zeug wieder drin doch ne kann ein Haus trainieren? nee, ich brauche ok dem Haus wo ich garantiert nicht spaue hier draußen irgendwo an der wand oder irgendwo im busch abhängen habe ich nie gesagt hier ist links weg hinten gibt es einen busch oder gleich hier vorne hier im busch hier hier ist gut dann nimm die sachen glaube ich aus dem auto raus ach ne ich kann die nächste mal nehmen ich bin nicht mehr bis zum busch gekommen ich kann mich nicht bewegen ich bin rausgeflogen er hat die sachen noch in dem auto wieder rein rein digga rein oh gott nein die ganze munition ist drin nein nein immer zum schluss passiert so Mist jetzt komm history los dann beenden wir das mal das auto ist nicht mehr das auto? nein der server ja der kommt gleich er kommt gleich ja er kommt gleich oh ne es gibt es doch nicht oh yes mhm? UK3 wird drinnen angezogen ja er kommt ja hoffentlich ist das auch noch da ne mach doch nicht so viel Ärger hier UK3, UK2 ja im Augenblick musst du mal ganz raus gleich rein bloß nicht lange warten jetzt UK4 ist genau ja und jetzt rein und hoffen dass das zeug noch da ist so leg mich an Entschuldigung ich folge dir mal kurz ok wenn ich dir ja sicherheitsdeckung geben kann also wir werden jetzt ja noch nicht dort hingespawnt ne aber es kann ja sein dass da vielleicht ein Zombiegott ist weißt du ne aber ein Zombie vielleicht waren sie jetzt auf der Party und jetzt sind sie wieder da deswegen war es kurz abgestürzt 300 Zombies müssen da wieder reingesloten wieder das kann sein weil alles jetzt so leer ist weißt du dass das hier alles neu reinkommt ich hoffe nicht dass das Auto weg ist ja der Motor war noch an oh scheiße Spritverbrauch 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 ok ich bin drin ne wie drin ok noch nicht ganz so jetzt oh ist dunkel auf einmal ja hm hab ich gesehen 0 Uhr 3 war es so und der Motor ist aus das guck rein und die 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 alles rausziehen kommen und dann weg hier aus dem aus dem so aber ich bin weiter und nach so alles war ich komme auch zu dir schuldig bin weil wir hätten gesporn wurden bei dir ok dann gleich raus alles los rausziehen und 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 weg damit dann wieder raus das ich nicht mitnehmen ja deine Sachen halt ja also deine Sachen so was ne warte mal warte mal du alles hast frag mal das Auto noch um warte mal was fehlt jetzt vom Auto her also bis morgen ja ja der ganze fahne das ist dann ja tschau so gehe ich jetzt am besten hin ja mich ja da ok dann machen wir hier und folgen polisien ja es ist schön hier ok gut dann bis zum nächsten mal freunde hat spaß gemacht und ja bis morgen wenn es da heißt miscreated am start tschau tschau